Die Aktienmärkte sind im Moment nicht so in der happy-guten Stimmung gewesen. Zumindest mal gab es einen Rücksetzer und der machte vielleicht sogar ein neues Türchen auf. Nicht am Adventskalender, so kommt man vielleicht auf die Idee, aber zumindest mal auf der Abwärtsseite. Das müssen wir uns ein bisschen genauer angucken. Fangen wir mit dem Dow Jones an, denn der hat ja die Abwärtsbewegung tatsächlich auf jeden Fall mal unter dieses Tief hier gebracht. Und damit ist völlig fraglos, ob es eben eine vielleicht nur ganz kurze temporäre Eintauchbewegung hier jetzt war. Wir haben es gesehen, hier innerhalb dieser Abwärtsbewegung, jedwede Aufwärtsbewegung, nicht wirklich mit Schwung voll oder sowas. Entweder klar dreiwellig ABC, hier ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu erkennen, auch vielleicht ABC in der Richtung. Aber zumindest mal das nicht impulsiv, also sprich Bruch so einer Marke ist so dieser Klassiker, um da im Kurzen beispielsweise reinzugehen. Aber wir wollen jetzt in diesem Video nicht so sehr auf das ganz Kurze eingehen. Das gucken wir uns dann im Live-Betrieb dann natürlich gerne an. Da vielleicht jetzt schon mal der Hinweis, guckt mal hier ein toller Schub nach oben, wenn es da gleich schön ABC runtergeht. Immer daran denken, dreiwellig ist immer ein ganz gutes Indiz dafür. Wenn das gebrochen wird, dann hier in diesem Fall hier zum Beispiel auf der Abwärtsseite, ist das ein Zeichen dafür, dass die starke Richtung sich eben nochmal fortsetzt. Das Ganze ist also offensichtlich dahin zurückgelaufen, wo der Markt eben ganz gerne hingeht. Wir hatten das ja mehrmals schon angesprochen, dass das nicht zwingend ist, dass das passiert. Das wussten wir natürlich auch nicht, dass das passiert und ist jetzt ja fast, also schöner hätte man es nicht faken können, mehr oder weniger. Aber es sind halt klassische Chartmarken, die gerne angesteuert werden. Und wir hatten ja gestern darüber gesprochen, wenn dann so zwischenhochs hier dann gebrochen werden, dann ist es eben nicht mehr der bullische Markt und dann wäre das eben so eine Zielmarke. Der Markt hat diesen Cluster hier ganz folgerichtig dann auch genutzt im Moment für eine Drehrichtung. Also das klassische Bild kann man fast schon sagen, das für eine Unterstützung gesorgt hat. Und da hängt es jetzt entscheidend davon ab, ob wir jetzt mit diesem ersten schönen Versuch, den wir heute Nachmittag haben, jetzt nach oben, eine schöne korrektive Bewegungsrichtung. Ich kann es mal anzeichnen, wie das ungefähr aussehen sollte. Wenn das so wäre, fände ich das super. Auch wenn das so ist, finde ich das super. Ich habe auch nichts dagegen, wenn es so aussieht. Dann ist es halt mehrfach wackelt. Sollte nur nicht zu tief gehen. Als Idee, als Hinweis könntet ihr euch dazu den Fibonacci hier in diesem Chart mal einzeichnen. Und ihr wisst, so 38 bis 61,8. Wie gesagt, ist kein Must-Have. Aber das ist so ein Klassiker, wo der Kurs halt extrem gerne hingeht, wenn es eben eine Korrektur ist. Also Start von hier unten, Schub nach oben, dann A, B, C hier runter oder mehrfach wackeln, wie gesagt. Das alleine reicht mir nicht, denn wenn ich ehrlich bin, an dieser Stelle kann ich noch nicht entscheiden, ob das folgt oder das folgt. Entweder haben wir hier ein Cluster aus der internen Bewegung. Das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, wie das funktioniert. Zweifelsfall habe ich das auch auf dem YouTube-Channel, könnt ihr euch angucken, wie das funktioniert mit den Clustern. Also wenn da ganz viele verschiedene Marken sind, wie hier, dann ist da eine Chance, dass der Kurs da abprallt. Aber die Alternative ist einfach zu sagen, dann nehmen wir doch dieses Zwischenrohr, weil wieder A, B, C. Und dann hätten wir wieder einen Einstieg. Mit welcher Zielrichtung, also die Richtung klar nach oben und von der Entfernung zumindest mal das, was wir hier haben, den machen wir dann mal weg. Wenn der hier bricht, also dass wir so näherungsweise das bekommen, das ist keine Pflicht, dass das exakt immer gleich groß ist. Hier war es auch ein bisschen kürzer. Nachdem wir hier vorne einen Anstieg hatten, dann wackele ich runter, dann die Aufwärtsbewegung. Ich weiß gar nicht, wie viel kürzer es war. Können wir mal kurz anzeichnen. Also, dass ihr auch seht, das ist nicht immer perfekt. Das Ziel wäre eigentlich hier oben gewesen. Vorher ist er dann schon verhungert. Aber man konnte ja schon sehen, dass er mit den Überschneidungen dann eben nicht mehr wollte. Nicht da oben konnte man das nicht zwingend sehen. Da war zwar auch wieder so ein Drehmoment im buchstäblichen Sinne. Eine Chance zumindest mal hier für den Dreh. Das hat er ja genutzt. Das weiß man natürlich an der Stelle noch nicht. Aber spätestens, wenn er dann hier die Abwärtsseiten nach unten durchstößt und hier die Oberseiten hier, dann ist das offensichtlich nichts mehr. Also, soweit zu YM. Das ist der Dow Jones in diesem Fall hier auf den Future geguckt. Das Bild sieht ziemlich ähnlich aus beim S&P 500. Nur vielleicht mit der kleinen Einschränkung. Das war ein bisschen unsauber, wie ich es eben argumentiert habe. Aber beim Dow waren diese Tiefs quasi auf gleicher Höhe. Ich sage bewusst quasi, weil ganz Millimeter genau exakt war es nicht. Hier sieht es eher danach aus. Zack, dann die ABC runter. Jetzt hier wieder die schnelle Aufwärtsbewegung und hier ebenfalls eine Korrektur zu erwarten. Hier aber, anders als beim Dow Jones, wäre das dann im Prinzip eine vierte Welle. Erste hoch, zweite, dritte, vierte und danach kommt gerne noch eine fünfte. Und angesichts dessen, dass die viel länger ist als diese hier, sind die Chancen dafür, dass wir hier tatsächlich noch eine fünfte bekommen, relativ groß. Sie sind nicht 100 Prozent, also nicht, oh, die ist lang, da muss ja, so kann man es nicht argumentieren. Aber die Chancen dafür sind sehr typisch, dass es hier eben dieses fünffällige Verlaufsmuster eben ist. Und dann kann man, wenn man diesen kleinen Anstieg nicht nutzen kann oder will, was wir auch häufig nicht machen, also die fünfte Welle sind wir eher nicht so häufig mit dabei, um es mal so zu sagen, sehr vereinfacht jetzt. Ihr wisst das, intern handeln wir die natürlich auch. Aber die ABC, die danach anschließt, die würde ja dann wieder suggerieren, wenn wir das Ding jetzt triggern, dass der Kurs dann anschließend nochmal weiter nach oben geht. Und zack, sind wir schon fast wieder auf der gleichen Höhe wie vorher. Und dann wollen wir mal gucken, wohin das geht. Das ist aber nicht gesagt, dass das exakt so passiert. Das hängt eben auch noch davon ab, ob es so kommt. Eine Alternative, das kann ich auch nicht vorhersehen, ist sowas. Aber die beiden, glaube ich, voneinander unterscheiden zu können, im Regelfall, wenn sie so schön aussehen wie hier jetzt. Es gibt auch Fälle, wo ich sagen kann, ich sehe es einfach nicht, es ist so doof, aber ich kann es nicht erkennen. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich sehe das immer und ganz klar und eindeutig. Nein, ich sehe das ganz häufig auch nicht. Dann sitze ich auch davor und denke mir, ist es das jetzt, ist es das nicht. Und im Zweifelsfall machen wir das halt so, dass wir dann halt nichts tun, weil wir uns da nicht sicher sind. Aber wenn es eben schön ist, wenn es dieses klassische ABC-Muster, wenn es dieses typische Verhaltensmuster eben ist, ja, dann kann man da auch mal versuchen mit einzusteigen. Also sprich, wenn sowas kommt, ist der Vorteil, dann weiß ich ja auch nicht, an welchem Haken ich diesen Dinger hier, den Trigger sozusagen dann festlegen soll. Also keine Chance. Auch auffällig, auch hier Cluster-mäßig, ziemlich interessant. Und die Marken, die wir da gestern Abend, glaube ich, haben wir dir oder gestern im Laufe des Tages eingezeichnet, die geben eine Möglichkeit. Rücksetzer hier, Rücksetzer da, Rücksetzer hier, Rücksetzer da, Rücksetzer hier. Ihr seht das, einfach diese Rücksetzer messen. Könnt ihr alle runter messen und witzigerweise kommen die dann auf ähnliche Niveaus. Die ganz da unten brauchen wir vielleicht da nicht mehr unbedingt, die können wir mal aufräumen, die Einzelmarke auch. Aber wir sehen, dass hier offensichtlich mehrere Marken lagen. Und das bietet halt eine gewisse Unterstützung, Stichwort eben Cluster. Das nächste Unterstützungsfeld eben hier bei ungefähr 4.320 in etwa. Und dann nochmal ein bisschen ausgedehnter hier unten. Das können wir im Moment, glaube ich, erstmal weglassen. Das sind die vielfachen Fibonaccis. Ich glaube, die sind im Moment erstmal nicht so relevant. Wollen wir mal hoffen, dass wir da nicht so tief runterkommen. Oder dann müssen wir es dann neu einzeichnen, wenn wir sie dann tatsächlich nochmal brauchen. So, also im Moment der Markt in ganz guter Überlegung für einen Dreh. Eine ganz gute Überlegung dafür, dass der Kurs jetzt dann das, so wie ich es eben angedeutet habe, macht er das dann auch so, wie wir das eben bei Dow und hier gezeichnet haben. Wäre es eine perfekte Idee nach oben. Das gucken wir uns natürlich auch im Laufe des Nachmittags noch an. Wer sowas nicht alleine immer gucken will, der kann sich ja, falls er nicht schon ist jetzt und das Video deshalb guckt, bei Born for Trading eben anmelden. Da kriegt er solche Nachrichten auch immer wieder mal auf Smartphone so von wegen, jetzt sieht es so aus und so. Natürlich kann ich nicht auf alles immer hinweisen, aber zumindest mal immer wieder mal darauf hinweisen, wenn mir da was auffällt und ich da zeitnah darauf reagieren kann. Nasdaq im Prinzip ebenfalls Aufwärtsbewegung sehr stark, Abwärtsbewegung, naja, zumindest mal eher wackelig, wenn es einer gesehen hat und für gut befunden hatte, hier möglicherweise ein Einstieg, dann ist der Kurs nach oben gelaufen. Für mich war das nicht ganz so toll. Warum war es nicht ganz so toll? Weil eigentlich hier das Tief war, dann war es wieder nicht fünfwellig nach oben. Die Abwärtsseite ist ein bisschen unsymmetrisch, da bin ich ein bisschen pingelig, aber es geht ja nicht um mich, es geht ja darum, dass man generell das Auge da drauf ein bisschen wirft. Wohin es geht. Aktuell das Ganze hier nach oben, nicht mit der schönen Dynamik, wie ich mir das vorstelle. Schaut es euch an, notfalls in Minuten schadet und dann seht ihr schon, dass wir zwar in der Aufwärtsbewegung sind, aber Rücksetzer, 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 dauernd Rücksetzer, dauernd Überschneidung. Ich habe noch nicht den Eindruck, dass die Bullen, also die Käufer, die, die hier auf die Longseite setzen, super glücklich sind und sagen, perfekt, die Situation, den Eindruck habe ich hier in diesem Fall noch nicht. Deshalb finde ich das Nasdaq-Bild das Schlechteste und das Schwächste von all denen, die wir gerade angesprochen haben. So, das in diesem Sinne. Jetzt gucken wir noch abschließend mal einmal auf den DAX, denn hier haben wir beim DAX eine durchaus auffällige Bewegung nach unten und jetzt gehen wir mal weg vom DAX-Index, gucken wir mal auf den Future, denn ich hatte eine Marke genannt, das ist dieses Zwischenhoch hier, 15.680 in etwa jetzt hier, dieses hier, das sollte nicht überschritten werden, wenn es richtig tollbullisch ist. Ja, das hat nicht geklappt mit dem Nicht-Unterschritten, das heißt nicht mehr richtig tollbullisch. Ansonsten hätte ich gesagt, eine richtig coole Kiste im Sinne von sowas hier. Jetzt haben wir aber dieses Tief niedriger als dieses Hoch, das heißt, diese Korrektur und diese Korrektur überschneiden sich und das ist eben nicht mehr das beste Zeichen für die bullische Seite, weshalb ich ein bisschen vorsichtiger im Moment geworden bin. Da der Markt aktuell ja noch relativ steil hochkommt, macht es jetzt aber auch keinen Sinn, auf die Short-Seite zu wechseln. Ich meine, da muss man ein großes Herz haben, wenn man so durchwechselt jetzt hier auf Short. Hier gilt grundsätzlich das Gleiche wie für S&P und DAO. Also insofern, solange das stark nach oben geht, wackelig nach unten, wird es wohl noch weiter nach oben gehen, aber das Tolle, das unangreifbare Bild nach oben, das hat sich der DAX hier kaputt gemacht. So, jetzt haben wir lang genug gesprochen, euch jetzt erstmal alles Gute. Liebe Grüße, viel Erfolg an den Märkten, bis zum nächsten Beitrag.